Let's go to Slotter House. Ist gut jetzt. Konzentrier dich mal. Und der Clou ist hier. Ich muss los. Ach man. Ich muss los. Ja, lenkt die mal ab, lenkt die mal ab. Ach scheiße, hier sind die kleinen Penisse. Mach mal, mach, mach, mach den Clou. Ja. Jetzt sind aber kleine Penisse. Ach, drauf geschissen. Ich habe hier keine Munition mehr, der läuft. Der Slotter ist verbuggt. Da ist noch eh gleich Spieler, Alter. Ja. Kann mal vier Schuss zum Nachladen. Hier ist Munition. Ich werde nur ins Bett gehen. Lass den Stream einfach laufen. Gute Nacht und wünsche dir noch viel Spaß. Vielen Dank, Vira. Und gute Nacht. Schlaf gut. Die Munition hast du gesehen, ne? Bitte? Die Munition hast du gesehen, ne? Ja, ja, habe ich genommen. Hier ist halt... Hör auf zu rauchen, Alter, ohne Spaß. Das liegt nicht am Wochen. Ich bin auch so krank. Ja, irgendwie ein Kopf. Narzisstisches Arschloch. Ich weiß nicht, ob ich Narzisst bin, aber gut. Das wäre mir jetzt neu. Ja, ja. Armut kommt. Jaaa. Lass doch weg, Alter. Hier ist Munition, hier ist Munition. Und heile meine Barst. Was ist eigentlich mit deinen Dingern? Mit welchen Dingern? FPS. 60 FPS. Ich habe die Grafikquartier jetzt komplett auf Low gestellt. Keine Ahnung, was da los ist. Also auf Low geht es einigermaßen. Also ich habe immer noch Drops auf 40 runter, aber in meinem Namen habe ich... Sorry, aber das ist explodiert auf 30. Ne, ich weiß, habe ich gehört. Erzähl weiter. Ne, aber dafür habe ich jetzt halt so im Schnitt 60 FPS, weißt du? Ah, okay. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben mit den Patches, ey. Auf jeden Fall läuft das Spiel bei mir jetzt gerade nicht mehr so gut wie sonst. Ich meine, ich meine, weil selbst Benefit 5 läuft bei mir auf Ultra, ja, in WQHD. mit 80 FPS. Das ist schon ein Unterschied. Was ist hier? Hier direkt? Ja. Da. Da ist es. Wollen wir den machen? Ne, ne? Da sind schon welche Close hier, deswegen... Keine Ahnung. Also Close, ja, aber ob jemand hier ist, weiß ich nicht. Können wir schon mal reingehen. Dann müssen wir nicht auf ihn schießen. Ich check lieber unten, unten sollte ja nicht sein, das ist nur die Spinne. Also so 90% sagen wir es mal so. Er kann unten sein. Er ist unten. Ja. Ja, ich würde nicht machen. Close. Also so 50 Meter. Zwei Teams, zwei Teams. Cool. Er versteckt dich. Ja. Geiles Versteck auf jeden Fall. Ich wusste nicht, dass du kuscheln willst. Wie immer. Ich glaube, da war jemand. Ja, ja. Mit Westen, 225. Ich muss abhauen, ich habe nur einen Hive-Trigger dabei. Ich schieße nicht auf sie. Bei mir. Spieler oder Hive? Spieler, glaube ich. Bei close eben. 170 hinter der Mauer ich geh in den Kirchturm ja bleib mal du wo du bist es ist warten selbst du im Kirchturm ja verstehen bitte bin ich richtig close Cordinaten 170 und 60 Grad 60 Grad ja 60 Grad da in die Richtung auf jeden Fall ich kann jetzt nicht genau sagen wie weit weg aber ich hab das selbst gehört waren sie weit weg oder waren sie nah oder miet relativ close ok Hunde ja aber die bellen ja nicht ein bellen ist normal ok der Zeitintervall ist Kappa ne wenn die beiden Hunden werden dann wäre auf jeden Fall der Armout getriggert so richtig so richtig die Spieler auf 60 seh ich nicht die müssten aber auch die Hive getriggert haben die Hive das hab ich auch gehört die gehen raus wahrscheinlich ne keine Ahnung ja der Ausgang ist ja weiter direkt da oben deswegen der ist da sinnvoll von dir die Schüsse kam ja jetzt nicht von dort hinten ne ne die waren die kamen vom besten ne ja die kamen vom besten Krematorium würde ich sagen kann schon mal anfangen wenn du willst ich meine der Spawn mit einer Granate oder mit einer schlechten Granate zuhüt ja ich hab noch nicht ich hab einen Diamitbüdel zum Ausgangs ist sie noch nicht gelaufen zum Ausgangs ist sie noch nicht gelaufen zum Ausgangs ist sie noch nicht gelaufen ich muss was Granaten werfen weiß ich bin jetzt Kurt Ja, ich weiß Geh mal da wieder raus Bin ich gerade dabei Für die Spinne benutzt man am besten Sticky Bombs Sticky Bombs? Sticky Bombs, die Klebebomben Achso Achso, weil die mal abhaut, ne? Ja, das geht schneller dann Zwei Stück müssten reichen Zwei und ein bisschen Schaden sind dann Also wenn jeder eine mitnimmt Dann hat jeder noch eine Granate für sich Beziehungsweise wenn er das Perk hat Zwei Man kann es ja auch so machen Aber du weißt ja wie es ist Wir hätten den Patsche direkt machen Sondern als sie die Spinne gemacht haben Ja Die gammelt auf jeden Fall noch Bei der Spinne, weil Die belagert werden Ja, da wird Die belagert Genau Ich frage mich, was mit Leuten aus dem Westen ist Ja, wenn die nicht wussten, dass Also wenn die nicht alle Clues gemacht haben Dann kommen die Dann wissen sie, kommen sie jetzt direkt Ja, ja Ach, die aus dem Westen kann ich gar nicht von ihr sehen Der ist dir jetzt aufgefallen Ich gucke in den Südwesten Oh, die haben sich da gerust Einer wurde gekillt Oh ja Jetzt haben die beiden einen Fight Das heißt wahrscheinlich Leise, leise, leise Steppst du noch? Ich bin noch gesteppt die Leiter runter Und jetzt stepp ich Bringt mir ja nichts, wenn ich nicht in den Westen gucken kann Naja, ist richtig Ich habe jetzt drei Minuten im Südwesten geguckt Also Nordosten Das sind wahrscheinlich die Fighter Süden scheint clear zu sein Naja, scheint Ja Ich meine, die könnten kommen Aber dann müssten sie die ganze Zeit schon da gammeln Sonst hätte ich sie gesehen Wenn da jemand permanent gammelt Dann könnte da jemand sein Ich nehme mal eine andere Position an Wenn ich im Westen gucken kann Ich tue das Schau ich So, der andere ist auch tot Ich hoffe, sie sind nicht in der Kirche drin Also jetzt Mindest Mindestmaß, ne? Mindestmaß an Mindestmensch Ich bin in der Kirche drin Okay Schau mal gleich Schau mal, ich gehe schon runter, ne? Jaja Gönn dir Und? Nichts gesehen Ich nehme ich jetzt nochmal um Wo hast du ihn gekillt? Ah, jetzt in der Ecke Ja, ich habe es nicht gesehen Das Symbol Ich habe noch nicht geguckt, ne? Ich gehe jetzt mal hoch Ja, ich auch Wobei unten sieht man nicht die Schlechte Keiner Klaus Keiner Klaus Die gehen zum Ausgang Naja, lassen Wollen wir auch? Haben wir andere Optionen? Nein Vor allem werden die anderen Wir sind schon im Ausgang Ja, vor allem die anderen Die werden zur Spinne gegangen sein Ja, entweder das Oder die kommen auch zu uns Unwahrscheinlich Also die kommen jetzt zu uns Ja Aber die Waren in der Nähe Und sind die ganze Zeit nicht gekommen Close, close, close 242 Ja, ja Ich habe es gesehen Einer ist 200 Hinter dem Heup, Karn Naja Ja 200 Hinter dem Heup, Karn Scheiße Komm, beeil dich, Digga Hast du Wir kämpfen jetzt, Digga Was? Wir hauen nicht ab Digga, du bist schon wieder so weit weg, Mann Ach, wirklich? Wir haben doch voll den Vorteil, dass Ach, komm, ich bin jetzt Safe Hatten Hit Sag mir doch, wenn du abhaust Ja, hab ich doch gesagt Wir müssen nur sitzen durch Scheiße, hier unten Wir haben die Wir können die scannen, Alter Wir kennen die Oh, du Fuck Oh, die sind close Ja, wo ist das? Ja, ich habe gerade ein anderes Problem Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Oh, der Scheiß-Zombie Ich verpiss dich Ja, ich habe ein bisschen mehr Weckgepressen Wir sind weiter Heil dich, heil dich, heil dich Dankeschön Sind die besser? Das war ich Seht ihr mich? Da Was ist bei mir? Hit Muss ich heilen Ich verstehe Weiß jetzt, ich bin weg Ein ist low Einen habe ich Keine Ahnung, wo sein Mate ist War das das schwarze Ding? Sein Mate ist südlich Ich habe ihn getötet Er hat ein gelbes T-Shirt angehabt Ja, das war der, der sich low gemacht hat Meine Waffe nachladen Ich bin auf dem Weg zu seinem Mate Er hat mich fast Ich brauche jetzt eine Hilfe Er hat eine Winfield Swift Links Ein Schuss noch Ja, ich auch einen Schuss Ja Ich hatte einen halben Balken Ja Schade Ich frage mich, wie lange du dich gehalten hast Hast du keine Spritze oder was? War alles schon weg Wegen Weil als die zu mir gekommen sind Haben mich noch zwei Zombies angegriffen Der eine mit einem Messer Ja, ja War halt belastet Ich dachte Ich wollte nur wissen, ob du eine Spritze hast Weil du vor lange gebraucht hast Ne Leider nicht Ich dachte, du hast gechillt Aber wenn du keine Spritze hattest Dann hättest du auch Dann passt es zeitlich